Hallo ihr Lieben, die Weihnachtszeit, die naht und ich dachte mir, ich mache mal wieder ein DIY, womit ich die Weihnachtsdeko mache. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Idee. Ich bin ja nicht ganz so der Weihnachtsmensch. Ich finde die Lichter ganz schön. Ich finde es auch ganz schön, wenn man Zeit mit der Familie verbringt. Aber eben halt ist das nicht ganz so, dieses Geschenke und allem drum und dran. Ich glaube, die meisten wissen ungefähr, was ich meine. Aber wie gesagt, so langsam, ich versuche zumindest so ein paar Sachen wieder zu etablieren. Ich habe ja viele Jahre zum Beispiel auch nicht gebacken. Und was ich jetzt eben auch wieder reinnehme in meinen Weihnachtsrhythmus. Ich habe auch mal wieder Weihnachtslieder, auch letztes Jahr schon gehört. Also jetzt noch nicht. Keine Sorge, mit mir ist noch alles gut. Ich habe also dementsprechend noch keine Weihnachtslieder. Aber es werden natürlich auch wieder Weihnachtslieder bei mir im Hause dann auch gehört. Wenn ich backe, mache ich es ganz gerne. Und dementsprechend vielleicht mache ich auch ein, zwei Keksrezepte. Vielleicht lade ich euch die irgendwann auch noch hoch. Muss ich mal schauen. Aber ansonsten, genau. Und diesmal habe ich eben eine Weihnachtsdeko. Die habe ich auf TikTok, so in der Art zumindest, so ähnlich gesehen. Und ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Ihr werdet zum Schluss sehen, was ich meine, weil ich das wirklich sehr, sehr niedlich finde. Diesen Weihnachtsmann, der da seine Luftballons hält. Und genau, ich habe jetzt also angefangen. Ich hatte mir so ein Set geholt, wo dieser Metallring mit diesem Standfuß dazugehört. Dann habe ich da unten jetzt noch das Herz rangemacht, weil ich, ich habe leider kein Moos gehabt. Und dementsprechend habe ich es tatsache dann mit dem anderen, das hatte ich mal aus dem anderen Set, aus dem Bastelset. Und hatte das damals aufgehoben, weil ich dachte, ach, vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Daraus hatte ich so einen Metallringkranz gemacht. Und genau, also dadurch. Und dann hatte ich mir jetzt noch so ein kleines Sternchen geholt, wo schon so ein bisschen Fell dran war. Und so ein bisschen Kunstschnee habe ich da auch drüber gemacht. Hat sich super gemacht. Man muss es wirklich eine ganze Zeit trocknen lassen. Aber ich war ja dann eine ganze Zeit mit den Weihnachtskugeln, mit diesen ganz kleinen. Ich habe welche auch gehabt und habe aber eben halt auch ein paar dazu jetzt geholt. Und genau, die habe ich jetzt erstmal so ein paar auf den Tisch gelegt. Ganz so viele brauchte ich jetzt nicht, aber ein paar fand ich doch ganz schön. Ich glaube, rückwirkend hätte ich vielleicht auch ein, zwei Nummern größer, nein, vielleicht eine kleine Nummer größer nehmen können. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Ich mag sie irgendwie. Und ich hoffe, euch gefällt das Endergebnis dann auch. Mein bester Freund diesmal bei diesem DIY war der Heißkleber. Und genau, dann hatte ich noch einen Weihnachtsmann und eine Lichterkette. Das sind so ungefähr die ganzen Materialien, die ich so hatte. Zum Teil habe ich sie wirklich bei Teddy oder bei Fennig Pfeiffer geholt. Also relativ entspannt und um die Ecke. Und auch nicht bestellt. Das Einzige, was ich wirklich bestellt hatte, war eben wirklich dieser Metallring mit dem Standfuß. Dann seht ihr schon, das nehme ich schon vorweg, damit ihr da so ein bisschen für euch auch Bescheid weißt, wisst, ich habe so ein Papierband genommen zu Anfang. Habe dann aber festgestellt, dass dieses Papierband für mich, für meinen Blickwinkel, dann doch zu kräftig war. Und habe es also dementsprechend irgendwann in der Mitte des Zusammenknipperns, habe ich dann entschieden, ich knippere das wieder auseinander, beziehungsweise ich hatte es ja dann zum Teil schon angeklebt. Aber ich habe es hinbekommen, dementsprechend alles gut. Und nur damit ihr das vorher wisst, ich habe danach so ein dünneres Band genommen und auch so ein Draht. Und ich hatte noch so ein, von so einem Kranzbinden hatte ich noch so einen ganz dünnen Draht, der sehr flexibel auch war. Und dementsprechend habe ich den dann tatsächlich wirklich viel, viel lieber jetzt hier genommen. Und ihr werdet auch sehen, das macht einen Riesenunterschied. Ihr seht jetzt schon das Ganze, wie groß das eigentlich ist. Und dementsprechend funktioniert das da mit den dünneren Bändern dann ganz gut. Zum Teil war ich Tatsache sehr ungeduldig und habe dann nicht lange genug festgehalten. Obwohl der Heißkleber wirklich unglaublich lange, nee andersrum, unglaublich schnell aushärtet, nenne ich es jetzt mal, oder fest wird. Und dementsprechend, ja. Ich lasse mich jetzt hier noch einen Moment knippern. Ich wollte nochmal dazu sagen, wir haben jetzt schon bald wieder ein Jahr rum. Wir sind sehr viel gewachsen, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte ja zu Anfang oder Ende des Jahres, letzten Jahres, eine Art Vision Board gemacht, wo ich mir vorstellen konnte, ich schaffe 500 Abonnenten. Wir sind jetzt bei fast 700. Ich freue mich unglaublich immer, wenn einer dazu kommt. Natürlich bin ich auch traurig, wenn jemand geht. Und das einfach aber auch, weil man ja nie weiß, warum geht jemand jetzt. Und dadurch ist das dann auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, meistens mache ich die Videos ja auch für mich, für mich als Erinnerung, für was habe ich schon gebastelt. Oder eben auch die Musikvideos, wo war ich schon überall, was waren das für tolle Momente, wo ich dann auch war. Und es gibt Videos, die sind länger, andere kürzer, auch beim Basteln. Ich habe diesmal ein bisschen mehr rausgeschnitten, weil das Video sonst unglaublich lang geworden wäre. Gerade dieses mit den Kugeln zusammenknippern war schon eine Aufregung, ja. Und hier erstmal so zwischendrin nochmal die Info. Hier habe ich das dünnere Band jetzt geholt. Das hatte ich mir mal für ein Makramee-Armband geholt. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Das ist so ein bisschen nichts geworden. Ich muss dazu sagen, dass ich da auch filmtechnisch nicht genau weiß, wie ich euch hinstellen soll, damit ihr seht, was ich tue. Also wahrscheinlich wird es auch ein eher privates Projekt werden oder ein Projekt, wo ich euch einfach nur mitnehme und ihr vielleicht nicht unbedingt alles seht, sondern einfach nur zuguckt. Manche gucken ja auch unglaublich gerne zu, ohne jetzt direkt das mitmachen zu wollen oder so, sondern einfach nur, weil sie es ganz schön finden. Ich musste kurz husten. Irgendwie bin ich manchmal leicht heiser. Ja, hatte ich auch letztens auf Arbeit, wo mich erstmal eine Kollegin meinte, bist du krank? Wo ich denke, nein, ich bin nur heiser. Warum auch immer. Manchmal kenne ich es, wenn ich vom Gesangsunterricht komme, dass ich dann leicht heiser bin. Das aber einfach, weil meine Stimme meistens gar nicht gewohnt ist, so viel zu reden oder zu singen. Aber wie gesagt, Gesangsunterricht, da wird es bestimmt auch demnächst wieder mal ein Video geben, wie ich dort bin und dann vielleicht das ein oder andere Lied singe. Ich habe noch ein Lied, was ich aber eben, wie gesagt, bisher nicht mich traue zu veröffentlichen, weil das ein Lied ist, was ein schwieriges Thema aufgreift, wo unter Umständen ganz viele Nachfragen kommen, die ich aber nicht beantworten möchte. Und dementsprechend weiß ich noch nicht, was ich mit dem Lied mache. Und ja. So, hier seht ihr schon, ich knippel gerade unglaublich doll auf und das war nicht ganz so einfach, weil ich ja auch nichts kaputt machen wollte. Und genau, aber ansonsten, ich fand das sehr entspannt. Ich habe vielleicht insgesamt eine Stunde, anderthalb Stunden dafür gebraucht für das DIY und fand das für mich sehr entspannt. Ich habe nebenbei auch wieder das Hörbuch gehört. Wie gesagt, ich mag es dabei einfach, entweder Musik zu hören, ich gucke teilweise oder mache dann die Musik von meinem YouTube-Kanal mit an, wo ich auf Konzerten war. Und dadurch, ja, muss ich halt eben oft auch nachvertonen, weil ich eben, wie gesagt, die Zeit dafür nutze, mir einfach da die Chance zu geben, Hörbücher zu hören oder eben die Musik zu hören. Sonst komme ich nicht so oft dazu. Auf Arbeit mag ich Musik nicht ganz so gerne hören, weil ich es einfach nicht ganz so angenehm finde. Ich manchmal konzentrationstechnisch einfach dann auch nicht dabei bin. Ja. Ansonsten, genau, zu meinem YouTube-Kanal nur ganz kurz noch. Bei mir kommen die immer sonntags online, meine zwei Videos, die ich einmal ein Bastel-Video und einmal ein Musik-Video. Es gibt selten, dass ich mal zwischendrin Videos hochlade. Es gibt auch mal, dass ich so eine Short-Videos hochlade. Aber auch das ist keine Regelmäßigkeit. Das ist einfach so, wenn ich denke, jetzt irgendwie oder ich habe oft meine Vlogs hochgeladen, wenn ich so zwischendrin, weil ich nicht genau weiß, werden die dann vielleicht geguckt oder werden sie nicht geguckt. Und bei den Diawais weiß ich, dass sie geguckt werden, beziehungsweise zwar nicht immer sofort und gleich, sondern halt immer nach und nach. Aber ihr seht schon, die Bänder sehen übrigens sehr feiner aus. Die passen dann mehr in dieses Bild rein. Und ich hatte erst überlegt, ob ich hinten an den Metallringen das auch noch ranmache, die ganzen Luftballons. Aber ich habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Und weil der Weihnachtsmann, der steht ja auch in die Richtung, wo die Ballons dann sind. Und dementsprechend habe ich dann einfach entschieden, nein, ich mache das jetzt nicht. Er muss ja auch noch die ganzen Fäden halten. Und das könnte irgendwann halt einfach auch ein bisschen eng werden. Und dadurch, wie gesagt, habe ich mich dagegen entschieden. Den Weihnachtsmann habe ich übrigens auch bei Teddy gesehen und habe den dann mitgenommen. Der passte dann ganz gut dazu. Und wie gesagt, das ist ein Diawai, was nicht ganz so viel Geld kostet. Ich glaube, da war das zuerst Tatsache noch das, was ich bei Amazon bestellt hatte, nämlich der Metallring mit dem Ständer dazu. Also ich habe zwar überall mal Metallringe gesehen, aber ich habe halt keinen Ständer dazu gefunden. Also habe ich dann Tatsache eben wieder auf Amazon zurückgegriffen. Hier seht ihr auch diesen feinen Draht, den ich sehr schön finde, muss ich sagen. Den ich, glaube ich, auch wieder kaufen würde, weil der sich für manche Diawai ist, glaube ich, ganz gut macht. Und hier seht ihr schon fast das Ergebnis. Ich, wie gesagt, ich mag das Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt es auch und mache jetzt hier noch die Lichterkette ran. Die war relativ kurz. Ich muss sagen, vielleicht hätte ich rückwirkend noch das ein oder andere länger gebraucht. Aber das ist okay. Ich habe es irgendwie dann hinbekommen. Und dementsprechend ist das ein wunderschönes Ergebnis. Ich zeige euch übrigens am Ende natürlich nochmal das Ergebnis von vorne, auch im Dunkeln, wie es leuchtet. Und ich kann da vornehmen, es wirkt nicht ganz so. Ich weiß nicht, warum es meine Kamera jetzt so nicht aufgenommen hat. Aber es ist ein wunderschönes Lichtspiel, was da passiert. Und also dementsprechend. Ja, hier habe ich jetzt noch ein paar von den Weihnachtskugeln von diesen kleinen damit unten reingemacht, damit es einfach so ein rundes Bild gibt. Und ihr seht auch schon die Lämpchen leuchten. Mein Weihnachtsmann kippt fast um. Dem ist die Last jetzt schon zu schwer. Es tut mir leid, ich musste schon wieder husten. Ich will es aber auch immer nicht rausschneiden. Ich bin nicht so der Fan von groß rausschneiden. Da kennt ihr mich wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ich mag euch immer das zeigen, so wie es auch ist. Und nicht irgendwie was gekünstelt zusammenschnippeln. Das ist einfach nicht mein Stil. Was aber auch okay ist. Ich weiß, dass andere... Also bei mir scheitert es oft irgendwie auch an der Zeit. Also jetzt einfach auch vom, wie zeige ich euch Dinge oder ähnliches. Ich habe ja einen Hauptjob, da bin ich Vollzeit unterwegs. Und habe also nur die Wochenenden für mich dafür. Und möchte euch das natürlich trotzdem zeigen. Aber eben halt nicht mit so viel Aufwand, wie es vielleicht andere YouTuber machen. Und so sieht das Ergebnis übrigens aus. Ich denke, euch gefällt es bestimmt auch. Oder was sagt ihr? Sagt, gebt mir da gerne ein Feedback. Und das würde mich tatsächlich sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch Ideen, was kann ich noch ausprobieren, reinschreiben. Und Kommentare, Däumchen nach oben, ein Abo. Ich freue mich tatsache sehr. Und hier kommt das Ergebnis. Hier habe ich übrigens noch so ein kleines Bäumchen gefunden. Ich war dann irgendwie an meinem Schrank von meiner Weihnachtsdeko. Ich habe ja nicht so viel, aber ein paar Sachen habe ich eben doch, wo meine Deko so drin liegt. Meine Deko in meiner Wohnung ist übrigens hauptsächlich meine DIYs. Und dementsprechend. Ja, aber die Bäumchen, dachte ich, passen da jetzt auch noch dazu. Und ja, ich finde es ist schön geworden. Ich verabschiede mich auch schon. Ihr seht jetzt gleich noch ein kleines bisschen das Ergebnis. Aber ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Zeit jetzt einfach. Die kuschelige Zeit, die Weihnachtszeit, wenn ihr sie mögt. Und ansonsten macht das Beste aus der Zeit. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss. Und bis dann. Tschüss.